Grünabfälle sind Energieträger. Bei ihrem Verrottungsprozess entstehen Faulgase. Das machen sich Produzenten von Strom zunutze. Das Bundesamt für Energie schätzt, dass jeder Einwohner in der Schweiz rund 100 Kilogramm organische Abfälle pro Jahr verursacht. Hier schlummert grosses Potenzial für ökologisch produzierte Energie. Für die Stromproduktion wird organischer Abfall in einem Behälter gesammelt. Von dort gelangt es über eine Pumpe in einen Faulbehälter, den sogenannten Fermenter. Darin wird Biomasse unter Ausschluss von Sauerstoff von Mikroorganismen abgebaut. Bei diesem Prozess entsteht brennbares Gas. Dieses wird dem Fermenter entnommen und kann durch Verbrennung Heizenergie liefern oder durch einen Gasmotor mit Generator zur Stromerzeugung genutzt werden. In der Schweiz wird Biogas entweder aus der Vergasung trockener Biomasse wie Waldholz und Feldgehölzen oder aus nasser Biomasse, zum Beispiel Gülle, Mist oder biogenen Abfällen gewonnen. Die Produktion von Strom aus Biomasse ist in der Schweiz noch nicht sehr ausgeprägt. Von den 2% der neuen erneuerbaren Energien macht sie einen kleinen Teil aus, doch sie wächst. Heute wird rund 5 mal mehr Strom aus Biomasse produziert als noch 2005. Biomasse ist eine CO2-neutrale Energiequelle. Sie ist ein regenerativer Rohstoff und hat einen hohen Wirkungsgrad. Die Produktion von Strom aus Biomasse ist deshalb bei uns ökologisch sinnvoll und nachhaltig. Hierzulande werden keine Energiepflanzen, zum Beispiel Mais, eigens für die Energiegewinnung angebaut. Darum entfällt die Gefahr, dass eine steigende Nutzung von Bioenergie zur Förderung von Monokulturen und einer Störung des ökologischen Gleichgewichts führt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 深 pos13.Drug.com